also willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute nur eine kurze information ein kurzes informations video und zwar habe ich auf meinem kanal 100.000 klicks erreicht den kanal gibt es jetzt seit zwei monaten circa sind 1600 abonnenten bis jetzt geht leider ein wenig zurück die meisten leute abonniert haben da ich ein zwei videos mit ein paar autos gemacht hatte aber es auf meinem kanal natürlich nicht hauptsächlich um autos geht sondern ich mache hier auf dem kanal einfach das auf was ich bock habe wenn es heute klamotten sind dann sind es klamotten morgen sind autos übermorgen sind es uhren im nächsten video zeige ich irgendwas am computer oder ich mache irgendwelche unterhaltungsvideos auf jeden fall mache ich hier auf was ich bock habe nicht falsch verstehen dankeschön auf jeden fall an alle zuschauer die hier fleißig unsere videos schauen 108.600 euro aufrufe sind bisher auf jeden fall vielen dank ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video